Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich male heute ein kleines A4-Bild in Rottönen. Die Farben passen gut zusammen, weil sie ja auch auf dem Farbkreis nebeneinander liegen. Neben dem Dunkelrot fülle ich jetzt mit Weiß auf. Ich spiele hier etwas mit den Farben. Mit dem kleinen Pinsel male ich Formen, diese werden aber später wieder überdeckt. Und ein bisschen Grau kommt dazu. Du kannst hier mit verschiedenen Pinseln ein bisschen üben und auch sehen, wie die verschiedenen Farben sich verhalten, wenn du sie mischt. Für die Kontraste nehme ich noch ein bisschen schwarz. Und jetzt ist der Hintergrund fertig. Jetzt starte ich mit dem Spachtel. Ich nehme großzügig Weiß und streiche ganz sanft über die Fläche. Hier kannst du die Spachtel-Technik wunderbar üben. Wenn du zu viel aufträgst, kratzt du das mit dem Spachtel wieder ab. Farbe dazugeben, Farbe wegnehmen und mach das so lange, bis das Bild dir gefällt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen und auch selber zu malen. Wenn dir meine Videos gefallen, drücke auf die Glocke und abonniere meinen Kanal. Hier siehst du das fertige Bild. Ich habe dir noch zwei Wohnbilder gemacht. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und hier gibt es noch mehr Videos. Tschüss!